die Hypersatz. Und meine Damen und Herren, zum ersten Mal in der Geschichte dieser Formation spielen die Mitglieder der Formation zusammen mit einem großen Sinfonieorchester, das ich herzlich begrüße heute bei uns, lauter junge Leute aus dem Wiener Musikgymnasium und aus der Wiener Musikhochschule unter der Leitung von Georg Kugy. Da sind schon noch ein paar Onkeln und Tanten dabei, nehme ich an, da unten. Ich freue mich sehr, Sie werden einen tollen Musikgenuss haben in den nächsten 90 Minuten, denn Hubert Waldner hat eingeladen, natürlich auch eine Reihe von internationalen, erstklassigen Solisten für dieses Konzert. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen als ersten einen nennen darf, den ich schon vor 30 Jahren, vor länger als 30 Jahren, in Woodstock miterlebt habe als jungen Musiker. Er war bei Bloodswept and Tears und ist heute hier auf der Bühne. Sie werden ihn sehen und Sie werden ihn hören. Randy Brecker ist mit von der Partie. Aber auch die großen österreichischen Saxophonisten Martin Fuss, Thomas Kugi und Harry Sokal sind auf der Bühne. Der exzellente Gitarrist Robert Musenbichler spielt heute mit und es gibt natürlich auch Gesangsex auf der Bühne, ganz klar. Zwei wunderschön anzusehende und noch viel schöner anzuhörende junge Damen sind mit von der Partie, nämlich Domino Blue und Jacqueline Patricio. Und last, aber wirklich not least, auch Kurt Ospann.